jo leute was geht wir schon wieder hören können jetzt mal wieder auf dem anderen motorrad auch wieder auf dem april 125er diesmal keine gedrosselte sondern die ist jetzt offen hat glaubt 24 ps meine erste eindrücke das motorrad fährt sich auf jeden fall sehr gut also ich habe schon mal ein video darüber gemacht über den april jahr 125er nur ein alteres baujahr glaubt baujahr 2001 das ist jetzt 2009 und wer das video noch nicht gesehen hat dazu könnt ihr euch gerne anschauen ich war links am besten in der beschreibung und ja vom fahrer her ist eigentlich kein großartiger unterschied es fährt sich genauso gut wie die 2001er wie die andere das motorrad ist halt jetzt offen man merkt es auch richtig am anzug da geht viel mehr lässt sich auch sehr sauber fahren schön in der kurve wie man hört es ist auch zwei faktor fährt sich echt richtig geil das motorrad muss man echt sagen für das dass ich jetzt das erste mal drauf sitzt ist echt richtig schön wendig macht auch richtig spaß zum fahrer also wenn ihr euch sowas zulegen wollt ich bin echt positiv davon überrascht so weil ich bin eher mehr der super motor typ aber ich muss echt sagen fährt sich richtig gut es sieht tausend mal besser aus wenn ich wie die 2001 so was ja klar ist als motorrad acht jahre neuer ist und es sieht auch richtig schön sportlich aus das rot hier das glänzt schon ordentlich muss man echt sagen also wenn man drauf sitzt das rot kommt schon geil jetzt schauen wir mal was da was der karre läuft wie gesagt der anzug ist echt krank ja es war jetzt 130 keine zwei drei stelle fahren hier sind leider nur 70 aber muss ich sagen also ich denke mal die wird locker 150 rum fahren und ich würde sagen ich zeige euch am besten gleich mal das motorrad damit ihr mal sieht den unterschied zwischen dem älteren Baujahr und dem neuer das ist schon noch raus so wie gesagt Baujahr 2009 sieht viel besser aus wie vom Baujahr 2001 sieht man natürlich auch schöne rote Farbe es sieht echt richtig richtig gut aus für das das eine 125er ist und ich finde sogar man kann das gar nicht so genau erkennen jetzt ob es eine 125er ist oder nicht klar es ist zwar alles noch ein bisschen dünner und schmäler die Felge und so und natürlich zweitakt aber ich finde echt das Motorrad ist hart was es sieht echt richtig gut aus was auch richtig geil ist wenn man das Motorrad anmacht das hat aber auch schon jeder Tacho geglaubt ja gibt es eigentlich nichts besonderes zu sagen ganz normal halt wie jedes andere Motorrad auch Hube Blinker gefällt mir optisch besser wie die von 2001 wenn ich einen 125er Führschein machen würde würde ich mir glaube echt so ein Ding sogar kaufen aber ich denke also bei mir ist halt eher so dass ich die Supermodus mehr feiere wie die Sportler aber wenn jetzt jemandem Sportler gefällt könnt ihr ruhig die kaufen weil die sieht echt geil aus kostet glaube aber nicht so viel jetzt ich glaube man kriegt echt schon ab 1000 Euro welche und wie gesagt sieht gut aus fährt sich richtig geil was gibt es mehr wenn die jetzt gedrosselt wäre hat die sogar 15 PS ich würde sagen wir können ja nochmal einen Beschleunigungstest machen und ich würde sagen das ist nicht toll aber es sieht gut aus genau wie ihm noch es ist wie wir ist es ist ich kaufe und ich will Alter, man muss echt sagen, das Ding geht echt mega krank ab. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst ein Like da, abonniert mich und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace! Outro